Ich danke Allah an allererster Stelle, dass er uns erlaubt hat, uns hier zu treffen und dass wir Allah gedenken und über ihn sprechen. Und möge Allah uns Aufrichtigkeit schenken in all unseren Aussagen und Taten. Und möge Allah unsere Zusammenkunft hier segnen und uns am Ende dieser Veranstaltung damit bescheren, dass er all unsere Sünden vergeben hat. Das Thema heute handelt um Ad-Dunia, die Dunia. Also, das Diesseits auf Deutsch. Auf Arabisch, wenn wir uns diesen Begriff noch einmal anschauen, ist Ad-Dunia von Dana. Und Dana, dieses Verb, bedeutet, unter anderem, hat mehrere Bedeutungen, unter anderem, es ist unter. Allah Azzawajal sagt, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Und vergibt alles, was Dunia jenem ist. Also, Dunia, diese Sünde, Götzendienst. Was heißt jetzt Dunia? Also, darunter. Also, alles, was unter dem Schirk ist, an Sünden, vergibt Allah Azzawajal. Und der Unglaube, den vergibt Allah nicht, wenn man eben damit gestorben ist. Also, Dunia, eine der Bedeutungen ist, darunter. Und wenn wir diese Bedeutung uns betrachten, dann wissen wir, Ad-Dunia ist also die untere. Die untere, also sie hat eine niedere Stufe. Einen niederen Rang. Also, einen niedrigeren Wert. Schon der Name erklärt, was es ist. Dunia. Also, wenn wir dann sagen, und wie geht es, wie geht es deiner Dunia? Also, wie geht es dem, was eigentlich gar nichts wert ist? Wie ist es bei dir so mit dem, was keinen hohen Stellenwert hat? Das ist Dunia. Die Welt, das Irdische, das Weltliche. Im Gegensatz zu Al-Akhirah, das Letzte. Also, das, was bleiben wird. Also, Al-Akhirah, einer der Namen, eben dieses, das Jenseits oder das Letzte, soll erklären, dass es das Beständige ist. Al-Akhirah ist also das Gegenteil von der Dunia. Also, nicht das Niedere, nicht das Niedrigere, sondern das Bessere. Natürlich das Paradies für Al-Akhirah. Al-Jannah. Aber Jahannam, möge Allah uns davor bewahren, ist natürlich viel schlimmer. Und deswegen heißt es ja im Hadith, Al-Dunia, Sijnul Mu'min. Al-Dunia ist das Gefängnis des Gläubigen. Und es ist das Paradies des Ungläubigen. Wa Jannatu al-Kafir. Warum? Weil im Jenseits, wenn du das Gute, das Paradies vergleichst zu Dunia, ist die Dunia ein Gefängnis. Und wenn du deine Yacht hier hast und deine Villa, wenn du dir vorstellen würdest, was im Paradies alles vorhanden ist, dann würdest du sagen, ich war in einem Gefängnis. Ich habe mein Leben nicht genossen. Auf der anderen Seite, der Ungläubige, der in die Hölle kommen wird, möge Allah uns davor bewahren, wenn er sich dieses betrachtet, was er in Jahannam erleben wird, dann ist die Dunia, dieses Niedrigere, das Schlechtere, ist das ein Paradies. Obwohl er gelitten hat und Schmerz hatte und Kummer und Sorgen, wird das nichts sein, im Gegensatz zu dem, was ihn erwartet in der Hölle. Und deswegen sagte auch der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn der Höllenbewohner in die Hölle eingetunkt wird, einmal ganz kurz, einmal rein und raus in die Hölle, und dann wird ihm die Frage gestellt, hast du jemals irgendetwas genossen? Hattest du jemals irgendetwas erlebt, was Freude war? Dann sagte er, nein. Und selbst wenn er Multimilliardär war und der Paradiesbewohner, wenn er ins Paradies eingetunkt wird, eingetaucht wird, ganz kurz, und man fragt ihn, Yawm al-Qiyama, hattest du jemals Leid erlitten? Dann sagt er, nein. Obwohl er viele Kummer und Sorgen hat. Warum? Er hat es vergessen. Wer sich das nicht vorstellen kann, eines der besten Beispiele sind unsere Mütter, möge Allah sie segnen. Die Schwangerschaft und die Wehen und die Geburt, das sind ja Strapazen, oder nicht? Aber sobald du gekrischen hast danach, als du auf die Welt gekommen bist, hat sie alle Schmerzen vergessen. Warum? Weil sie freut sich, dass du da bist. Hoffentlich freut sie sich immer noch, dass du da bist. Im Deutschen sagt man ja, wenn sie klein sind, dann könnte man sie aufessen. Und wenn sie groß werden, dann sagt man, warum hat man sie nicht aufgegessen? Also auf jeden Fall, das ist kein Hadith, ja. Auf jeden Fall, diese Freude löscht also das Leid, das du erfahren hast. Und das ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir wissen, wir werden, Inshallah, Möge Allah uns festigen und als Muslime sterben lassen. Wir werden alles erleben, was wir hier nicht erlebt haben. Also alles Gute erleben. Entweder wir haben es nicht erlebt in der Dunja, weil wir nicht genug Geld hatten. Ich kann mir leider jetzt keine Yacht kaufen, obwohl es ja nicht haram ist, so eine Yacht zu haben. Oder es ist eine Sünde, die ich nicht begehe, Alkohol zum Beispiel eben zu unterlassen. Das wird man jaum al-Qiyama nachholen. Und wenn du das weißt, warum bist du dann traurig? Diese Dunja ist ja nur eine Zeit, die kurzfristig ist. Wie lange möchtest du denn leben? Also die ältesten Menschen heute sind hundert und paar zerquetschte. Oder nicht? Hundertzehn, Hundertdreizehn, Allahu A'lam. Gibt es irgendjemand, der 130 geworden ist? Hat er sowas mitbekommen? Nicht? Allahu A'lam. Was gehen wir davon? Also 150 habe ich noch nie mitbekommen. Ja, unsere Generationen. Also es sind um die 100 Jahre. Wie viele Jahre hast du davon schon gelebt? Sagen wir mal 20, 30, 40 Jahre sind schon vorbei. Also wie lange lebst du noch? Du wirst noch, sagen wir mal, 50 Jahre leben, 30 Jahre leben. Das war's. Und dann geht die Party los. Dann geht es ab mit den Gelüsten und Begierden. Viele Jugendliche würden sich natürlich gerne wünschen, ja, wir haben hier Saturday Night, ja, und die Leute, die sind dann in den Diskos und was weiß ich und dann Beach Party und so weiter und so fort. Im Haram, das wirst du im Halal haben, und deswegen, die Dunya darf dich nicht verleiten. Dieser Genuss ist ein vergänglicher Genuss. Er ist kein beständiger Genuss. Der beständige Genuss ist Jaum al-Qiyama. Und deswegen ist die vergehende Stätte. Also auf Arabisch sie wird vergehen. Und Allah azza wa jall nannte es daru al-qarar die Stätte des Verweilens, des Bestehens. Also es wird immer bleiben. Al-Jannah, liebe Geschwister, hört ja nicht auf. Und der Genuss wird immer mehr. Also Al-Jannah ist nicht nur, dass du etwas Schönes haben wirst. Nee, nee. Das Schöne wird immer besser und besser und besser und besser und besser bis wohin? Bis ins Unendliche. Das ist etwas, was sich ein Mensch nicht vorstellen kann. Also müssen wir wissen, was ist Ab-Dunye? Der Titel schon sagt alles. Also das Niedere, das Niedrigere, das Weniger Werte. So müssen wir Ab-Dunye verstehen. Also ist Ab-Dunye nur eine Tankstelle. Wer einen Urlaub machen möchte und er weiß, es gibt da einen, wo macht ihr Urlaub? Immer noch Malediven? Ich brauche ein paar Updates für Beispiele. Bei mir ist immer Malediven Porsche Cayenne. Bahamas. Also das werde ich jetzt nicht mal wiederholen. Al-Muhim, wo du sagst, Masha'Allah, das ist sehr schön und idyllisch und so weiter und so fort. Du weißt, dein Ziel ist dort. Jetzt stell dir mal vor, du fährst jetzt mit einer Truppe von Leuten, alle wissen, du willst nach Lau A'alam wohin. Wir bleiben bei den Malediven. Und stell dir mal vor, du gehst jetzt kurz tanken und die Jungs, die mit dir sind, die sagen, weißt du was, wir bleiben hier. Also es ist nicht, wie schön die Zapfsäule da ist. Und guck mal, das Ding dreht sich und tipp, 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 während du da Diesel da lädst und ist auch herrlich, wir haben hier alles, Knabberzeug haben wir hier und so weiter. Was würdest du über diese Leute denken? Was habt ihr Falsches gegessen heute? Oder nicht? Was geht mit euch? Wir wollen auf die Malediven und es wurde vielleicht sogar für uns bezahlt, ja, wir hätten es ja nie, wir hätten es ja nie erreichen können, diesen Urlaub. Und das Paradies können wir alleine von uns aus nicht erreichen. Es ist das Geschenk Allahs subhanahu wa ta'ala. Also wenn du weißt, du hast eine Insel und da ist das Meer und Strand und Masha'Allah und Buffet und so weiter und so fort, herrlich einfach, ja. Aber die Jungs, die sagen, nein, also von dieser Tankstelle rücken wir nicht raus. Also da bleiben wir, ich habe hier meinen Kühlschrank, ich habe hier mein Toastbrot, verkaufen die auch und Eier und das ist das Herrlichste, was es gibt. Das ist die Dunia. Allah Azzawajal sagt, hallo, da gibt es eine bessere Stadt. Nein, wir bleiben in dieser Tankstelle. Also, ist die Tankstelle wichtig oder nicht? Kannst du eine lange Strecke überqueren ohne eine Tankstelle? Geht nicht. Du musst irgendwann mal tanken. Das ist die Dunia. Aber wirst du dann weinen, diese Jungs, die mit dir fahren, du hast sie jetzt überzeugt. Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen. Wir wollen auf die Malediven. So, jetzt fahren wir raus und jetzt weinen die. Die Tankstelle, die war so schön. Wenn sie trauern um diese Tankstelle, kannst du ihre Trauer nachvollziehen oder sagst du diese armen Leute? Wir wissen nicht, was die Malediven sind. Und so ist der Gläubige. Wenn er die Menschen sieht in der Dunia und wie sie da festkrallen an der Dunia und sagt, Subhan Rabbi al-Azim, die wissen nicht, was Al-Jannah ist, was es im Paradies gibt. Die wollen diesen kurzen Genuss, der, und das ist das Wichtige in der Dunia, der Genuss endet. Im Gegensatz zum Genuss im Paradies. Egal, was du machst. Du machst Urlaub, du gehst gut essen, du machst irgendeine Aktivität. Der Genuss dieser Sache ist kurz. Oder ist er lang? Er ist nicht lang. Aber der Genuss im Paradies ist unaufhörlich. Er hört nicht auf. Wenn wir das also wissen, wir sind gerade in einer Tankstelle und wir verlassen sie auf unsere Reise zu unserem Ziel, dann werden wir mit dieser Tankstelle anders umgehen. Dann werden wir nicht hier verweilen wollen, dann werden wir uns vorbereiten für unser Reiseziel. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Al-Rasul alaihissalatu wassalam und die Sahaba, die lebten ja auf dieser Erde, in dieser Dunia. Und sie wussten, wie man mit dieser Dunia umgeht. Auch die Propheten vorher. Diese Dunia ist die Stätte der Prüfung. So beschrieb sie Allah subhanahu wa ta'ala. Also er wird uns prüfen mit Gutem und Schlechtem. Also die Prüfung muss dich immer wehtun. Dass du Millionär wirst, ist auch eine Prüfung. Dass du einen guten Job hast, ist auch eine Prüfung. Dass du immer gesund bist, ist auch eine Prüfung. Was machst du mit deiner Gesundheit? Al-Rasul alaihissalatu wassalam sagte, am Tag der Auferstehung wird kein Mensch weitergehen, bis er über folgende Dinge gefragt wird. Wer kennt sie? Ja? Über die Zeit. Die Zeit. Also die Lebenszeit, was man da gemacht hat. Wissen. Vermögen. Jugend. Gesundheit. Gesundheit. Sehr schön. Das sind Dunia-Sachen, oder nicht? Dein Lebensalter. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Deine Gesundheit, dein Wissen, dein Vermögen. Das sind Dunia. Also was hast du mit der Dunia getan? Bringt dich die Dunia zur Akhirah, dann warst du erfolgreich. Also zum Paradies meine ich mit Akhirah. Natürlich gibt es in der Akhirah auch Jahannam, möge Allah es dafür bewahren. Aber es geht jetzt darum, was machst du mit dieser Dunia, um zur Akhirah zu gelangen? Bringt sie dich näher zur Akhirah, dann warst du erfolgreich. Bringt sie dich weg von der Akhirah, warst du nicht erfolgreich. Und Allah Azzawajal erklärt uns das im Koran auf einer schönen Art und Weise und zwar ergibt uns das Gleichnis eines Handels, also eines Kaufes. Diejenigen, die ihre Dunia gekauft haben und was haben sie dafür bezahlt? Welchen Preis? Die Akhirah. Was heißt das? Das heißt also, sie sind bereit in Jahannam zu kommen, nur damit sie einen Genuss haben in der Dunia. Und das ist natürlich etwas, was jedem Verstand widerspricht. Wenn du ein Händler bist und du willst natürlich deinen Gewinn machen, dann wirst du keinen hohen Preis zahlen. und einer der Namen des Tages der Auferstehung ist Yawmu At-Tarabun. Yawmu At-Tarabun. At-Tarabun und es gibt im Surah im Koran At-Tarabun At-Tarabun ist die Übervorteilung wird das oft übersetzt. Was ist Al-Rabun also At-Tarabun wenn du einen zu hohen Preis gezahlt hast. Die Sache, diese Ware ist nicht so viel wert. Man hat dich auf den Arm genommen. Du hast zu viel gezahlt. Und warum ist der Name Yawmu At-Tarabun der Tag der Übervorteilung? Warum? Weil du zu viel gezahlt hast für Jahann. einen zu hohen Preis hast du gezahlt um in Jahann. Hat es das verdient Jahann dass du diesen Genuss diese Dunja genießt. Ich meine also dass du die Dunja genossen hast und damit hast du was bezahlt dass du in Jahann gelandet bist. Natürlich nicht. Und deswegen soll jeder von uns wissen was die Grenzen dieser Dunja für einen ist. Rasul sagte Ajmilu fi talabi dunya Ajmilu bedeutet also verlangt auf gute Art Ajmilu fi talabi dunya verlangt auf gute Art nach der Dunya Was soll das heißen? Allah Azza wa Jal erklärt uns das im Koran er sagt Vergiss nicht deinen Anteil an einer Dunya Wie verstehen wir das dieser Erre? Vergiss nicht deinen Anteil an der Dunya Ja? Das heißt nicht wir unsere ganze Zeit beten wir sollen auch auf unsere Familie aufpassen die mit unseren Kindern Spaß haben und sowas und wir sollen auch ein bisschen vermogen haben nicht okay sage ich bin einfach religiös gucke zu der Religion und was passiert mit meiner Familie oder egal mit welchen da gucke ich nicht darauf also du sollst auch die Dunya auch berücksichtigen wenn ich jemandem sage vergiss nicht auch mal eine Pause zu machen was sagt dir das über diese Person die ich gerade anspreche wenn ich ihm sage vergiss nicht eine Pause zu machen genau zum Beispiel er ist am Lernen und dann kommt jemand und sagt vergiss nicht auch mal eine Pause zu machen erst einmal diese Person was macht diese Person viel macht ihr viel Pause oder arbeitet diese Person viel und lernt viel sehr schön Allah sagt vergesst nicht euren Anteil von der Dunya mit wem redet er hier also mit Menschen aber welche Menschen sind das mit denen der redet gläubigen also es sind jene die sehr viel gutes tun und da sagt Allah zu ihnen aber ein bisschen Dunya auch noch ihr müsst ja noch ihr müsst ja auch essen trinken schlafen und so weiter also grundsätzlich ist die Einstellung des Muslims erlebt für Allah subhanahu wa ta'ala das ist ein Tafsir dieser Reihe also oh du der du vieles an Gutem tust vergiss nicht auch Proviant zu haben von der Dunya und und deswegen als diese drei zur Zeit des Propheten die gesagt haben einer von ihnen sagte ich werde nie heiraten der andere sagte ich werde nachts nicht mehr schlafen sondern beten und der dritte sagte ich werde jeden Tag fasten was sagte der Prophet sallallahu alaihi was sehr schön er sagte ich aber heirate und ich schlafe und bete und ich faste und unterlasse das fasten also mal faste ich mal faste ich nicht und wer mir nicht folgt gehört nicht zu mir wer meiner meinem Weg meiner Methode meinem heutzutage könnten wir sagen leicht Teil in diesem Sinne nicht folgt gehört nicht zu mir das bedeutet also wir sollen nicht non stop nur Ibadah vollziehen sondern wir sollen auch nicht vergessen das weltliche zu nehmen was nötig ist die Frage ist jetzt aber sind wir dass die diesen Rat benötigen benötigen jetzt also natürlich benötigen wir den koran aber ich meine sind wir gemeint damit das meinte ich sind wir die jenigen morgens und abends also nachts und und so weiter und so fort ja und wir vernachlässigen unsere dunia ist jemand von euch da der so ist möge allah uns erziehen also natürlich gibt es auch heute menschen die viele beten und fast und gutes tun aber jetzt hand aufs herz ja ich glaube bei uns überwiegt doch die dunia oder nicht möge allah uns erziehen möge allah uns die ibadah schmackhaft machen also vergiss nicht also deinen haupt sinn deiner existenz ist was und ich habe die jinn und die menschen zu nichts anderem erschaffen als dass sie mir dienen und hier ist auch etwas schönes liebe Geschwister der Kontext also wie geht es jetzt weiter also diese Ayat sind fantastisch wie natürlich der ganze korah also Allah sagt und ich habe die menschen und die jinn zu nichts anderem erschaffen also die jinn und die menschen zu nichts anderem erschaffen als dass sie mir dienen so was sagt jetzt Allah ich möchte nicht dass sie mich versorgen ich versorge sie die versorgung vernachlässigen sie die anbetung Allah subhanahu wa ta'ala da sagt Allah ich bin der versorger oder Allah wahrlich Allah ist der versorger und dann erwähnt er zwei Namen Allahs also oder zwei eigenschaften er ist derjenige der der mächtige kräftige fähige ist und der feste Al-Matin ist der feste subhanahu wa ta'ala was heißt fest das bedeutet diese versorgung wird nicht gekappt ja wenn etwas fest ist zum beispiel wenn du ein seil hast und du trägst jetzt etwas da ist das seil und du trägst es wenn du weißt dieses seil ist fest dann brauchst keine Angst haben dass das Ding runter fällt das heißt Allah ist der feste keine Angst die versorgung wird weiterkommen du brauchst nicht Angst zu haben dass Allah dich nicht versorgt ja okay dann beten wir und fasten wenn wir so nicht mehr arbeiten nein was sagt Allah was sagt Allah hat diese Welt erschaffen er hat euch die Erde geebnet um was so schreitet auf ihr auf dieser Erde geht wandert um was zu tun um nach Versorgung zu suchen also Allah hat uns aufgefordert wir sollen uns bewegen wir sollen was tun damit diese Versorgung kommt als Maryam Isa auf die Welt gebracht hat was sagt Allah zu ihr gerade am gebären bewegt dich damit du Versorgung bekommst du musst was tun das heißt also Allah hat uns nicht gesagt du sollst beten fasten und so weiter und kümmer dich gar nicht um diese Dunya sondern vergesse nicht deinen Anteil an Dunya also die Dunya davon sollen wir so viel nehmen so viel wie nötig wir sollen es nicht übertreiben warum nochmal der Urlaub ist nicht in der Tankstelle der Urlaub ist auf den Malediven also nimm so viel Proviant wie du brauchst um bis zu den Malediven zu kommen und so sollst du dich auch bewegen in der Dunya nimm so viel du brauchst aber vergesse nicht deine Ahira aufzubauen denn mit jedem Gebet mit jedem Koran lesen mit jeder guten Tat baust du ja deine Paläste auf im Paradies jeder von uns will ein schönes Haus oder nicht und ein Riesenschloss oder nicht kannst du bauen im Paradies kannst du das machen mit Gebeten mit Koran lesen wirst du deine dein Palast und die ganzen Gegenden die du dann hast bauen insha Allah das darfst du nicht vernachlässigen also die erste Form des Tafsir vergiss nicht deinen Anteil an der Dunja also du sollst beten und so weiter dafür wurdest du ja erschaffen vergess aber auch nicht ein bisschen zu arbeiten damit du deine Miete zahlen kannst und so weiter damit du dich versorgen kannst die andere Form des Tafsir andere Gelehrte sagen nee gemeint ist vergesse nicht auf der Dunja Gutes zu tun also Allah anzubeten das heißt diese Dunja nutze sie um Allah anzubeten also du sollst sowieso Gutes tun und vergesse nicht immer wieder Gutes mehr Gutes zu tun in dieser Dunja ein ähnliches Beispiel ist die Aussage Allah und spendet auf dem Weg Allah was und führt euch nicht zum was und verderben Allah hiftah aleikum barikfi zum verderben also achte darauf füge dir selbst keinen Schaden zu füge dir selbst keinen Schaden zu erstmal das ist eine Regel eine islamische Regel eine moralische Regel du sollst dir selbst nicht schaden sehr schön aber jetzt im Kontext dieser Ere und im Offenbarungsgrund wenn wir das uns näher betrachten es geht was es geht um Kriegshandlungen des Propheten und Rasul verlangte von den Sahaba zu spenden es gab ja keine Staatsarmee damals sondern das war ja eine freiwillige Armee und deswegen musste man spenden dafür so und da sagt Allah und spendet auf dem Wege Allahs und führt euch nicht ins Verderben heißt was indem ihr nicht spendet also was ist das Verderben normalerweise der materialistische Mensch der nur weltlich denkt wenn du etwas gibst ist es weg er denkt der mensch der weltliche wenn ich gebe komme ich gelange ich ins Verderben ich habe dann nichts mehr die 100 Euro die ich gespendet habe da hätte ich eigentlich noch mir was kann was kriegt man heute nochmal für 100 Euro nichts mehr auf jeden Fall Allah sagt nein nein wenn du nicht spendest für Allah das ist dein Verderben das ist dein Verderben wenn du dich nicht einsetzt für Allah das ist dein Verderben und so sehen wir dass die Ayat so formuliert sind sehr viele im Koran dass du beides verstehen kannst vergesse nicht deine Dunja und nutze deine Dunja für die Akhirah Al-Rasul sagte auch einen wunderschönen Hadith der uns zeigt wie bekomme ich Dunja ich will Dunja aber im Halal und im Guten und so dass es keine Verführung und Versuchung für mich wird ich will durch die Dunja zu Allah gelangen Al-Rasul Al-Rasul Al-Salaat wassalam sagt derjenige dessen Sorgen das Jenseits ist sind oder ist Sorgen sind Barakallahu Fikur also derjenige dessen Sorgen das Jenseits sind dem wird Allah das Reichtum in seinem Herzen eingeben und er wird seine Familie zusammen führen also Allah wird ihm seine Familie zusammen führen und hört euch mal jetzt diesen Satz an und die Dunja wird kommen ob sie will oder nicht Allahu Akam derjenige der sich Sorgen macht um was wo werde ich im Paradies sein bin ich der Nachbar oder ist dann zwischen mir und Rasul Abu Bakr also Rasul und zwischen mir und Rasul ist Abu Bakr da haben wir doch mehr machen ich will ja auch der Nachbar des Propheten und so weit das heißt er denkt über Al-Jannah er denkt nach wenn wir jetzt mal unter uns so überlegen was sind eure Pläne für die Zukunft ja also ich gehe mal davon aus dass ihr 99,9% heiraten will oder nicht möge Allah euch das erlauben was gibt es noch Häusle bau vielleicht ob man das vielleicht woanders ist auch billiger dann was gibt es noch für so Pläne Kinder bekommen Kinder erziehen möge Allah uns rechtschaffene Kinder bescheren ja und dann machst du deine Pläne wo lebe ich dann wo arbeite ich und so weiter wie viel muss der Gehalt sein und so weiter machen wir das ist ja nicht haram dass du darüber du sollst ja vergiss nicht deine dumm ja das ist ja nicht haram das ist ja auch gut so aber machen wir uns auch Gedanken reicht das jetzt für für da oder bin ich welcher Stufe bin ich ich muss mehr machen habe ich eigentlich genug Pflanzen eingepflanzt im Paradies womit kriege ich Pflanzen im Paradies also Bäume und so weiter mache ich mir Gedanken habe ich einen Plan wie ich meine Städte im Paradies baue oder geht es nur um Dunja aber ich bete ok aber die Gedanken sind nicht in der Akhirah ja ja ich bete ich bin ja Muslim aber sind meine Sorgen das Jenseits also denke ich sehr oft über das Jenseits oder nicht darum geht es wenn ich mich mit dem Jenseits beschäftige kommt die Dunja zu mir subhanallah und im in im Koran sagt Allah und wer Allah fürchtet dem wird Allah Auswege machen und er wird ihn versorgen auf Wegen die er sich nie hätte vorstellen können auf einmal kriegst du einen Hammer Job ich habe gar keine Bewerbung geschickt und so das heißt nicht du sollst keine Bewerbung schicken aber ich sage nur es kann sein dass sowas passiert oder Gehaltserhöhung was los ja wir haben gesehen ihre Arbeit ist super deswegen haben wir gesagt kriegen sie eine Gehaltserhöhung und du hast überhaupt nicht gedacht oder andere Form der Versorgung du hast gedacht ich muss jetzt Tickets kaufen und so weil ich möchte meine Familie besuchen und da sind einige Kranke aber die Tickets sind teuer zack gibt es Angebot Flugticket warum weil du Allah fürchtest das heißt die Versorgung wie sie kommt überlasse das Allah subhanahu at'ala dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und derjenige dessen Sorgen die Dunja sind ich will auf dem Konto und wann muss überweisen und das heißt nicht du sollst nicht darüber nachdenken aber ist das dein tägliches deine täglichen Gedanken sind das deine Sorgen tagtäglich geht es nur um Dunja geht es auch ein bisschen um ich muss jetzt gucken wie mache ich das wenn jemand nur über die Dunja denkt was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann sagt Rasul alaihi salatu wasallam dem wird Allah die Armut vor seinen Augen stellen der sieht nur noch Armut Armut Arbeitslosigkeit Schulden ich kann meine Miete nicht bezahlen gibt es noch was in der Dunja ich sehe nichts anderes der wird umso mehr Kummer und Sorgen haben und seine Familie wird sich trennen möge Allah uns bewachen jeder kümmert sich nur noch um die Dunja ich habe keine Zeit für dich du hast keine Zeit für mich warum ich muss noch mal arbeiten ich muss noch mal das ich habe keine Zeit für solche Sachen ihr seht doch diese Gesellschaft treffen die sich nur an Weihnachten das war's oder nicht einmal im Jahr ansonsten gibt es irgendwelche familiären Beziehungen oder so was Ausnahmen gibt es aber die Regel das meist verbreitete warum Dunja 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 Es geht nur noch um die Dunja und dann sagt Rasul und er erlangt von der Dunja nur das was ihm bestimmt wurde mehr bekommst du nicht Wie heißt Also wer Al-Ajila Al-Ajila ist das kurzfristige also die Dunja Es ist nicht andauernd Es ist nicht anhaltend Wer dieses kurzfristige verlangt also die Dunja verlangt Dem werden wir das geben Zügig Der bekommt dann seinen Anteil an der Dunja aber nur so viel wie wir es wollen Also wie Allah es will Du willst die Dunja Ich will Dunja Aber dann bekommst du trotzdem nur so viel wie es Allah bestimmt hat Mehr nicht Hier können natürlich Leute kommen und sagen Sekunde mal Guck doch mal so viele Milliardäre Millionäre die glauben gar nicht an Allah und leben im Haram und die haben so viele Milliarden und wie viel Segen haben sie wie viel Geschmack am Leben haben sie Es geht nicht nur um dein Kontostand Die Dunja zu genießen geht nur wenn Allah dir diesen Genuss schenkt weil dieser Milliardär der hat Entscheidungsdingen halbe Vermögen bekommt dann seine Ex und dann die Kinder von dem wollen sowieso nichts mehr von dem wissen und dann bekommt er dann Probleme mit seinen Nieren und sein ganzes Geld geht in die Klinik und dann und dann herrlich er war Milliardär und das gibt es zuhauf das sind keine seltenen Fälle also wer nicht an Allah glaubt wer nicht Allah anbetet aber Allah gibt ihm die dunja er wird die dunja nicht genießen es sieht so aus als ob er viele hätte aber tatsächlich wenn du Glückseligkeit messen könntest wenn es ein Maß gäbe für Glückseligkeit dann ist der minus 1000 dieser Milliardär immer Probleme und da siehst du einen anderen armen Menschen der hat nichts aber der ist so fröhlich in seinem Leben hat überhaupt keine Kummer in seinem Leben schaut unsere Geschwister in Raza möge Allah ihnen beistehen da ist die ganze Familie futsch in einer Sekunde die ganze Familie und er sagt Alhamdulillah die eine Mutter spricht mit ihrem Kind du bist im Paradies und sind wir bald auch bei dir und so weiter und so fort die leben in einer anderen Liga die leben in einer anderen Liga weil sie tun ist vergänglich entweder sie leben hier und dienen Allah oder sie sind Märtyrer und leben dann nur strax im Paradies möge Allah sie als Märtyrer annehmen das heißt dieser Blickwinkel und deswegen gibt es ja viele nicht muslime die verstehen das gerade nicht die sagen was los mit diesen Leuten in Raza weil normalerweise sobald ein paar Leute sterben das Leben hat keinen Sinn mehr bla 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 und so aber diese Muslime besonders in Raza möge Allah sie festigen da haben die Leute angefangen den Koran zu lesen was ist das gibt es Leute die haben den Islam angenommen weil die nicht verstanden haben wie kann man so einen Druck aushalten indem man weiß diese Welt ist vergänglich indem man weiß man ist nur an der Tankstelle und nicht an seinem Reiseziel und deswegen wenn es weiter es geht sowieso weiter also wo ist das Problem okay die Tankstelle wurde jetzt kaputt gemacht ja und jetzt ich wollte sowieso hier nicht übernachten also je nachdem was für Blickwinkel du hast wirst du viel gelassener mit dieser Dunja umgehen heißt das jetzt oder bevor wir zu diesem Punkt kommen noch ein Hadith Rasul sagte wer hinauszieht um seine Kinder zu versorgen der ist auf dem Wege Allahs und wer hinauszieht also hinauszieht um arbeiten zu gehen er guckt dass er Versorgung erlangt und wer hinauszieht wegen zwei älteren Eltern also hochbetagten Eltern er kümmert sich um sie der ist auf dem Wege Allahs heißt was er wird belohnt dafür und wer hinauszieht um sich zu versorgen der ist auf dem Wege Allahs und wer hinauszieht um zu prallen der ist auf dem Wege des Teufels also dieser Hadith erklärt uns dass derjenige der hinauszieht also er geht jetzt um zu arbeiten um zu studieren eine Ausbildung zu machen zu in die Schule zu gehen zu lernen damit er eben einen Job bekommt damit er Geld bekommt dass er seine Familie versorgt dass er seine Eltern versorgt der ist fies und deswegen darf ein Muslim nicht faul sein ich habe keine Lust zu Arbeit Arbeit ist nicht eine Ibadah an sich also der Hadith das Arbeit eine Ibadah ist nicht authentisch aber du wirst belohnt für die Arbeit ja das stimmt warum mit deiner Absicht für dein Studium wirst du belohnt für deine Ausbildung für deine Lehre wirst du belohnt bei Allah wie der Prophet gesagt hat und deswegen darf es nicht sein dass ein Muslim faul ist träge ist oder vier gewinnt also Hauptsache ich habe eine vier ist egal ob das gut ist oder nicht Hauptsache ich habe irgendwie meine Ausbildung dieses das ist keine Einstellung eines Muslims der Muslim wenn er etwas tut macht er es auf beste Art und Weise er macht es nicht einfach so sondern er macht es mit Gewissen warum weil er es für Allah macht wir liebe Geschwister müssen wissen wir müssen uns einsetzen für diese Religion nicht nur indem wir beten und fasten sondern indem wir auch die Muslime zu Unabhängigkeit führen die Muslime heute leben in völliger Abhängigkeit vom Westen also die muslimischen Länder die kriegen gar nichts gebacken weil sie es nicht dürfen es gibt Verträge 100 Jahres Verträge du darfst keine Medikamente herstellen du darfst nichts machen du darfst nicht mal Getreide anbauen Getreide musst du von uns kaufen diese Kolonialisierung ist ja immer noch da die öffentliche mit Soldaten da haben sie gesagt wir legen jetzt mal die Muslime auf den Arm weil die glauben uns jetzt ziehen wir unsere Armeen aus Algerien und Tunesien und Marokko und so zurück und Ägypten und Syrien und und wo sie alle waren aber dafür müssen die alles von uns kaufen und dürfen gar nichts herstellen und dürfen auch gar nichts lernen und das führt zur Abhängigkeit was ich immer erwähne zum Beispiel in Ägypten Getreide kommt von wo? Kommt von Amerika warum gibt es in Ägypten keinen Boden keine Erde Sudan ist nebendran der Sudan wenn der angebaut werden würde würde das für die ganze arabische Welt ausreichen nur nur dieser Fleck Sudan Algerien es gibt ich glaube das war eine deutsche Ingenieurin Masterarbeit oder so wegen Photovoltaik also diese Strom mit Sonnenenergie die hat gesagt ein Fleck so ein Quadrat in Algerien würde ausreichen für die Stromversorgung von ganz Deutschland oder sogar mehr ein Fleck das heißt wir haben genug in den muslimischen Ländern Potenzial aber was brauchen wir wir brauchen Leute die das machen können und das seid ihr das heißt wenn du eine Ausbildung machst wenn du studierst dann kannst du auch wenn du hier arbeitest kannst du trotzdem dafür sorgen dass dann in den muslimischen Ländern Entwicklung nach vorne gebracht wird denn die offizielle Entwicklungshilfe das ist ja auch nur ein Theaterstück wir werden Entwicklungshilfe machen da ich meine Medikamente selbst machen also wir würden es nicht übertreiben jetzt also abhängig musst du ja immer noch bleiben aber damit ich ein Theaterstück machen kann hier kriegst du mal 5 Millionen 5 Millionen ist 4 Elefants ist ein Witz ist Käse denn die Leute brauchen viel mehr aber das macht man damit das ist wirklich toll die haben uns geholfen behalt dein Geld und lass mich selbst mein Getreide anbauen lass mich selbst meine Medikamente entwickeln lass mich selbst meine Autos bauen kannst du ja auch nicht machen nicht mal einen Löffel oder eine Gabel was ist die Lösung die Lösung seid ihr die Lösung sind jene die dann in der Lage sind durch ihr Wissen durch ihr Know How dass man dann diese Menschen unterstützt du weißt in irgendeinem Viertel die haben kein Wasser dann hilfst du dass sie Wasser bekommen die haben kein Krankenhaus dann hilfst du dass sie Medizin bekommen die haben keine Schule dann hilfst du dass sie Bildung bekommen diese Sachen liebe Geschwister sind wichtig und wenn die Muslime das nicht machen wer soll das dann machen und es wird bestimmt keiner machen der keine Ahnung hat von Wasser wie man das bekommt und wie man Medikamente herstellt also brauchen wir Ärzte Ingenieure Schreiner Lakierer Maler wir brauchen alles wir brauchen alles also sollst du wie der Prophet Sallallahu hier gesagt hat du sollst rausgehen zur Schule zur Ausbildung zu deiner Arbeit und du darfst nicht einfach nur dieses Leben leben ich gehe zur Arbeit ich mache meine acht Stunden oder zur Schule und dann ist mir die Welt egal nein nein du bist ein Arzt du kannst heute durch die ganze Multimedia kannst du in muslimischen Ländern du kannst deine Sprache deiner Großväter dann unterrichte doch die Ärzte dort über Kanäle damit zum Beispiel die Medizin besser wird oder die Pharmazie besser wird oder die Ingenieur Industrie besser wird die müssen den muslimischen Ländern beistehen du darfst nicht einfach dein Leben leben ich esse trinke habe mein Gehalt am Ende des Monats die muslimische Welt ist mir egal dann haben wir den Salat dann leben wir in dieser Situation und deswegen ist die Frage in zehn Jahren was ist dein Beitrag für diese Ummah und zwar dein Beitrag zur Unabhängigkeit dieser Ummah dass in diesen Ländern viel mehr Menschen entwickelter sind in Sachen Weltlichen also der Muslim muss sich sorgen um die Dunja aber auch um die Akhira dann zum Abschluss noch ein Ratschlag den Wahb Ibn Munab erwähnte und zwar sagte er es steht geschrieben bei den Weisheiten von Ali Dawood also der Familie Dawood das ist jetzt etwas ist kein Hadith das kann sein dass das israelitische Überlieferungen sind bedeutet was also Tora Bibel sowas ja und das darüber hat ja der Prophet sallallahu alaihi sallam gesagt berichtet über die Kinder Israels darin ist kein Problem also man darf es berichten ohne dass wir sagen es ist 100% richtig oder 100% falsch wenn es natürlich dem Islam widerspricht dann sagen wir es ist 100% falsch es heißt ein vernünftiger darf vier Dinge nicht vernachlässigen also vier Dinge am Tag nicht vernachlässigen er braucht eine Stunde also einen Moment es geht jetzt nicht um 60 Minuten eine Stunde in der er seinen Herrn anschlägt also dass er Allah anbetet und eine Stunde in der er Selbstkritik ausübt und eine Stunde in der er mit seinen Brüdern zusammen ist um Ratschläge zu bekommen und eine Stunde in der er sich mit erlaubtem Genuss beschäftigt denn diese Stunde erlaubter Genuss ist die Unterstützung für die anderen Stunden das ist Weisheit also nochmal er sagt was den Tag teilst du in vier Abschnitte die müssen jetzt nicht alle gleich groß sein aber diese Themen diese Tagesordnungspunkte brauchst du in deinem Leben du brauchst Ibadah muss sein dann brauchst du neben der Ibadah dass du immer die die Rechnung machst das ist ja genauso wie in einem Betrieb du guckst wie viele hatte ich Einnahmen wie viele hatte ich Ausgaben und das machst du tagtäglich was habe ich heute gut gemacht was habe ich heute schlecht gemacht und du brauchst deine Geschwister du brauchst deine Brüder warum sie sind dein Spiegel damit weil du kannst nicht alles alleine herausfinden deine Macken du hast Macken du weißt okay ich rede zu viel ich rede zu wenig ich rede zu laut ich rede zu leise gut es gibt aber Macken die habe ich noch nicht mitbekommen deine Geschwister sind dein Spiegel auf gute Art und Weise sagen sie dir guck mal Bruder wie wäre es wenn diese Sache machst lieber ein bisschen anders das brauchen wir und das ist der wichtige Punkt jetzt und ein Teil an Genuss an erlaubtem Genuss warum wie der Prophet es sagte als Hamwala zu Abu Bakr Siddiqu gegangen ist und er hat gesagt ich bin ein Heuschler Abu Bakr hat gesagt bitte was wie du bist ein Heuschler das kann doch nicht sein da sagte Hamwala also guck doch mal wenn wir beim Propheten sind dann ist es so als ob wir das Paradies und die Hölle sehen mit unseren Augen und wenn wir dann daheim sind und auf der Arbeit sind dann empfinden wir nicht diese diesen Iman diese Iman Stufe dann sagt Abu Bakr das ist ja bei mir genauso also sind sie zu Umar der sagte das ist ja genauso bei mir also gingen sie zum Propheten und haben ihm berichtet darüber über ihre Sorgen und da sagte der Prophet Sallallahu Aleyhi Sallam wenn ihr wenn ihr nach Hause geht und so bleiben würdet wie ihr bei mir seid dann würden die Engel euch die Hände schütteln das heißt dann werdet ihr in einem Iman Stadium die Engel würden euch die Hände schütteln aber einen Moment so und einen Moment so das bedeutet was einen Moment dann gibt es einen Iman Schub du hast einen Vortrag gehört du hast Koran gelesen du hast gebetet die Iman Kurve steigt so und einen Moment nicht jetzt sündigen nein sondern in einem Moment keinen im Iman Schub der Iman gleitet weiter das ist genauso wie beim Flugzeug wenn wenn das Flugzeug starten will ja da muss schon Gas gegeben werden viel und dann wenn es gleitet macht er den Motor aus natürlich das ist ja kein Segelflugzeug also der macht der nicht den Motor aus also einen bestimmten Antrieb muss es schon geben aber da ist es ein bisschen lockerer aber Motor aus dann geht es Bach runter und genauso ist es beim Iman das heißt also das wegen diesem vierten Aspekt wir brauchen auch Abwechslung das bedeutet wenn du den Spaziergang machst für Allah bekommst du einen Lohn wenn du dann dein Eis gut wir haben jetzt Winter wenn du dann was dein Salab oder sowas trinkst ja mit der Niya ja Rabbi ich möchte mich jetzt aufwärmen dass ich danach inshallah nochmal so zwei Seiten Koran lesen kann ja damit die Glückshormone bei mir mehr werden damit ich mit vollem Genuss zwei Raqqa beten kann da kriegst du für diese Sache für diese weltliche Sache den Lohn wie einer der Sahabe gesagt hat ich erwarte den Lohn für meinen Schlaf so wie ich ihn erwarte für mein nächtliches Gebet warum denn er schläft um Energie zu tanken wenn du also das weltliche machst um Allah anzubeten um Gutes zu tun dann wirst du für diese weltliche Sache belohnt und da sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Hadith wenn du den Happen in den Mund deiner Ehefrau legst ist es eine Sadaqa guck mal wie romantisch der Islam ist also du nimmst den Happen und legst ihn in den Mund deiner Ehefrau das war vor 1400 Jahren die Leute wussten ja gar nicht was Romance ist und da erklärte schon der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wie man mit der Ehefrau umgeht auf jeden Fall und dann sagt er und der Beischlaf ist eine Sadaqa möge Allah euch rechtschaffene Ehefrauen geben da fragten sie geht unser einer seiner Begierde nach und wird dafür noch belohnt die dachten diese Sache diese Begierde die ist zwar erlaubt noch einen Lohn dafür zu bekommen Allahumma barik da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ja stellt ihr stellt euch mal vor er würde seine Begierde im Haram erledigen wäre es eine Sünde oder nicht dann sagten sie ja das stimmt dann sagt er und wenn er es im Halal erledigt ist es eine Spende das heißt also das weltliche schlafen trinken essen spazieren Urlaub machen trainieren wenn du das für Allah machst was heißt für Allah ich möchte mich stärken damit ich ein Mensch bin der in der Gesellschaft etwas nach vorne treibt der diese Ummah nach vorne treibt dann bekommst du selbst für diese weltlichen Aspekte einen gewaltigen Lohn dann heißt es weiter bei diesen Weisheiten von Ali Dawood also den Angehörigen Dawoods und der Vernünftige soll sich um folgende drei Aspekte kümmern Proviant für das Jenseits nehmen Entschlossenheit um das Diesseits zu bewältigen und sich vor dem Verbotenen hüten also das sind einige Aspekte die man beachten muss also hier auch noch einmal dieses Gleichgewicht du sollst Proviant fürs Jenseits das ist deine Ibadah deine Gottesdienste und auf der anderen Seite sollst du auch deinen Lebensunterhalt bewältigen im Halal Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben dass wir immer näher kommen zu ihm Möge Allah uns die Tore der Versorgung öffnen Möge uns die erlaubte Versorgung bescheren und uns vor der verbotenen Versorgung bewahren wa salli Allah wa salli